Kein Fall an Wier, weiter Spiel natürlich, jetzt über den Ball gestolpert dieser Wier, aufsässig die Schotten, Hamill. Gute Flanke von Hamill. Achtung, die Schotten im Strafraum, die 2 zu 1 für das schottische Team der Hort. Der einzige Schuss, der aufs Tour gekommen ist in der zweiten Halbzeit, der zappelt. Im Netz, der Ball meine ich, der zappelt im Netz. Hier nochmal, die Flanke, die Abwehraktion von Kleber unglücklich und dann aus vollem Lauf geschossen zwischen den Weinen von Zuberbühler durch. 2 zu 1. Was für eine eiskalte Dusche, was für ein Stimmungskiller, was für ein Weihnachtsgeschenk. Robbie Nilsson. 1.